In keinem Landkreis in Hessen sterben so viele der mit dem Coronavirus infizierten. 15 Prozent der festgestellten Infektionen verlaufen hier tödlich. Solche Werte kennen wir aus den am schlimmsten betroffenen Regionen in Italien. HR-Reporterin Stefanie Oemisch im Odenwald, wie hat sich das über Ostern entwickelt? Die Zahl der Odenwälder, die an Corona gestorben sind, ist leider wieder angestiegen und liegt momentan bei 29. Die meisten der Verstorbenen haben in einem der fünf Pflegeheime gelebt, die momentan unter Quarantäne stehen. Wie das Virus in die Einrichtungen kommen konnte, ist unklar. Man versucht hat jetzt mit allen Mitteln die Ansteckung der anderen Bewohner zu verhindern und gleichzeitig die Pflege aufrecht zu erhalten.